Hier sind wir jetzt am Brenner. Es ist jetzt 5.30 Uhr und der Peter ist schon auf dem Weg her. So ein Gegenwind getreten habe ich wie ein Trottel heute. Aber es ist ganz gut gegangen, was habe ich jetzt nicht hierher? Ja, 24,93 km. Jetzt ist es genau 8 Minuten nach 6 Uhr. Um 1 Uhr, also früh bist du gefahren. 5 Stunden. 125 km. Wie lange ist die ganze Strecke? 395 km. Jetzt haben wir die ersten zwei Hügel hinter uns. Das war jetzt die Aufwärmphase sozusagen. Jetzt kommt der Hammer, Dimmelsjoch. Und Kürtei haben wir eine Umfahrung. Und da ist vor zwei Tagen ein Mura gegangen. Jetzt müssen wir über Hummingerjoch. Und das kenne ich auch nicht. Und das geht beim Ochsengarten wieder zusammen. Ein Sporchel gerissen. Und ein Schlagloch oben. Hat es nicht bald ausgehebt. Gell? Weißt du schon? Verluste 20er vom Bett. 20er. Go or sitz. Bye. So. Dankeschön. Dankeschön. Oh, kannst du hier aus dem Gesicht? Ja. Wie ist denn von Wasser und Gude? Ja, jetzt geht's mir. Es sind drei Kehlweiber all gestorben. Und etwas trinken muss ich. Ja, und jetzt? Boah. Es ist hinten offen. Wieder zu wahrscheinlich. Nein, nicht zu. Ja. Ja. Nein, nicht zu. Nein, nicht zu. Nein, nicht zu. Nein, nicht zu. Du musst das heute schon noch machen. Ja. Ja. Weil es tischt. Was soll es tischt? Ja. Du schwumst mir weit jetzt. Und hier. Jetzt. Jetzt, wo ich... Wie sieht man das? Nein. Du Tippler. Das habe ich noch nicht. Das hast du auf dem Profil. Fünftausend hast du hinten. Da steht es. Was ich dir geben habe. Da steht es. Und jetzt auch. Weil jetzt haben wir eine komplette Ötztalerrunde, nicht? Jetzt noch auch. Und oft haben wir noch 400 auf Mohrhofen auf. Das sind 600 Meter. Da haben sie ca. 5700 Rimmel. Aber sowas habe ich noch nicht erlebt. So ein Stein ist es auch. Da geht es mir ein bisschen flach. Nur auf 30 Meter Pichl unten. Einen Ochsengarten unten. Jetzt geht es eben dahin. Ja, senkrecht auf. Da kommt es wieder. So was du. Na sowas. Wer hat denn die Strasse gebaut? Ich sehe dich von mir stets. Ich sehe dich frei. Ich habe mich zu bringen. Ich sage, es ist meine Kindheit. Ich kann nicht gehen. Ich kann nicht gehen. Aber hier muss die Antwoche aussehen. Vielleicht mehr. Weißt du was. Andere meinen. stumbled bis hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017